Gleichnis vom Tuberkulose-Patienten Ein Mann leidet an Tuberkulose. Der Arzt stellt fest, dass die Krankheit nicht mehr geheilt werden kann, solange der Mensch leben wird. Das will er ihm aber nicht so sagen. Sehr ermutigend sagte den Patienten, Bruder, du kannst vollkommen gesund werden. Aber sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Krankheit sehr ernst ist. Es kann nicht alleine durch Medikamente geheilt werden. Sie müssen streng fasten, ja echte diätische Einschränkungen beachten. Dann können sie die Krankheit leicht loswerden. Der Patient versichert dem Arzt, die diätischen Vorschriften strikt nach seinen Anweisungen einzuhalten. Der Arzt gibt ihm noch Medizin. Das Medikament ist nur eine Ausrede, um dem Patienten die wichtigen diätischen Vorschriften aufzuerlegen. Der Patient nimmt die Medikamente ein und beachtet einige Zeit die diätischen Vorschriften korrekt. Er stellt fest, dass die Krankheit für ihn kein weiteres Leid darstellt. Mit großer Freude setzt er die Behandlung fort. Die Krankheit lässt ihn nie ganz los, aber es verursacht auch kaum Einschränkungen. Die Krankheit liegt zwar in ihm, ohne sich zu manifestieren, und stirbt dann gemeinsam mit seinem natürlichen Tod. Ebenso legt ein Aspirant, wenn er sich seinem spirituellen Lehrer nähert, dem Lehrer seine Geschichte, die vielen Sünden, die er begangen hat, und die vielen bösen Samskaras, die Gewohnheiten, die in ihm sind, vor. Der Präzeptor, mittelalterlich für Hauslehrer, entdeckt, dass sie alle aus der größtmöglichen Krankheit, nämlich der Unwissenheit, stammen. Direkt von Mula Aynana, die Wurzel der Unwissenheit, die nur geheilt werden kann, wenn die Idee Körper verschwindet. Der Guru weiht den Aspiranten jedoch in ein Mantra ein und sagt, dies ist eine sehr gute Medizin. Aber wenn sie nicht Ahimsa, Gewaltfreiheit, Satya, Wahrhaftigkeit, und Brahmacharya, Enthaltsamkeit, gleichermaßen praktizieren, wenn sie nicht zu Brahmamuhurta, die Stunde Brahmans in der Morgendämmerung, aufstehen und meditieren, wenn sie nicht regelmäßig in ihrem Sadhana, ihrer spirituellen Übung sind, wird es nicht viel nützen. Du musst selbstlos dienen, dich Gott hingeben, meditieren. Dann wirst du diese innere Krankheit los. Der Aspirant nimmt sein Mantra und praktiziert, macht Sadhana, seine spirituelle Übung. Bald stellt er fest, dass er ein leichtes Herz, einen klaren Verstand und einen subtilen Intellekt hat. Sein Gewissen ist klar. Ermutigt durch diese heilsamen Zeichen setzt er sowohl das Mantra-Japa, die Mantra-Wiederholung, als auch das Sadhana, die spirituelle Übung, fort. Die bösen Vrittis, die Gedanken, sterben von selbst in seiner Antakarana. Das innere Instrument, also Gefühle, Gedächtnis, Vernunft, Ich-Gedanke, da sie keine Chance haben, sich zu manifestieren. Wenn er vor seinem Tod durch Gottes Gnade geistige Erleuchtung erlangt, stirbt auch sein Einander, sein Nichtwissen, und er wird von dieser schrecklichen Krankheit, nämlich Geburt und Tod, geheilt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017